ja und herzlich willkommen im hühner zu einer neuen folge der spielmann kraft sg heroes mit dem da vorne ich sehe dich einfach echt nicht hallo ja ich hab dich aber gerade gesehen mit dem hund natürlich mateo natürlich holen ja halt die fresse ich sehe echt keine ja ich weiß es ist mir scheißegal ich sehe ich keine Leute jetzt oberts hat geleckt aber wie es geleckt hat nur wie immer abgaben ob es ist es gibt ja wahrscheinlich falle wieder runter er hat wie geht's dir wenn ich die kippen ich bin ein haus wie geht es dir und jubel das hat irgendwie keinen sinn gemacht oder die nirgendwo he er oder ich war es was so ich habe fast von uns ich habe eigentlich mit fast die rüsten er ich bin die festgelegt wird auch überhaupt ich denke überhaupt die 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 in die Lüge die die ob du denn nicht ja ja alter wie viele tun richtig viele schätzt hochschätzt okay diese Runde wird was Dinge Loon, Jingle Loon Jingle all the All the Jingle, Jingle Jeder will uns ein Gesang hören, Alter Ja, auf jeden Fall, definitiv Digga, ich hab ein Steinschwert und Ich hab auch ein Steinschwert Ich hab zwei Eisen Ich hab drei Eisen Wenn ich jetzt noch ein Stick hätte und ein Crafting Table Ich hab auch ein Crafting Table Dann würde ich abrocken Ich rocke gerade schon ab Ich rocke gerade Wurde jetzt schon in die Arena teleportiert Alter läuft bei dir Krass, oder? Wie hast du das gemacht? Hast du so Hext drin? Caps slash teleport into Arena eingegeben Into the Arena, into the Ich kann mir gar nicht ein Eisenschwert machen Ja, ich auch Und ich warte jetzt einfach hier, bis die Drohne refilled wurden Und dann krieg ich die Los ich ja immer noch mal alle vier Drohnen Vier Eisen, ich kann sogar zwei Eisenschwerter machen Ich kann sogar alles machen Nee, ich kann echt zwei Eisenschwerter machen Ja, nee, ist ja gut Es ist echt so Ja, ist ja gut jetzt, halt auf die Backen, Alter Das interessiert mich relativ wenig Ich merke es gerade schon Ja? Ja Okay, und jetzt Vier, drei, zwei, eins Refill Refill Jawohl, ich habe eine Working Bench bekommen Danke Bitte Oh, ich habe Nemo Ich habe auch Nemo Ich bin Nemo, Alter Oh, jawohl Was ist das denn? Eisenschwert Ich habe auch ein Eisenschwert Das halte ich aber für Etwas länger sogar schon Okay Guten Tag Ich habe Hunger, Alter Jetzt mal ganz kurz meinen Kuchen Ich habe, ich dachte, du hast jetzt in echt Hunger Ich habe auch echt in echt Hunger Das halte ich ja persönlich für ein Gericht Ich habe nicht Alter, ich bin voll gut equippt Ich auch eigentlich Der wird jetzt mal ein bisschen Raise aid Ich gebe jetzt einfach voll Äh, Frontal drauf Junge, du guckst in die falsche Richtung Hehehe 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 Das war vorher bei mir auch Abgeworden Hehehe Mach was Das war jetzt, das war jetzt lustig Die, 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 die hat euch ja auch gewonnen Nee Ich habe mich nicht verloren Ich habe aber keine Pfeile, das ist ein Problem, wirklich ein Problem Oh, nee, das sollte ich hier lassen Junge, du bist dau leise gerade Nee, finde ich nicht Doch, echt jetzt Nein, halt die Backe jetzt Oh je Alter, Digga, ich bin richtig gut ausgerüstet Naja, bei mir ist so ein Mittel Bei mir läuft übel Wo bist du? 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 Ähm Oh, ich sehe dich Ich sehe dich aber nicht Ich sehe dich Ja, äh, drei, drei links von dir Ja, ne, ist mir egal Hey, das klappt, malter Ja, die sind alle direkt auf dich drauflaufen, Alter Geht doch auch auf mich, ich habe hier nur ein Sinn, schwert Wie sie alle, die hinterherlaufen Hey, Leute! Ja, wahrscheinlich greift er mich an Hä? Es sind echt alle auf mich gegangen Ich gehe jetzt auf... What the fuck war das bitte, Alter? So, ich bin jetzt in Mikro Battle Store Echt jetzt? Ja, ich habe keinen Bock mehr Du hast keinen Bock mehr, okay Ich gehe in Mikro Battle, bist du auch da? Ja, das Huhn hat keinen Bock mehr auf das hier, deswegen gehen wir jetzt in Mikro Battle bis gleich So, willkommen zurück, ihr Hühner Hier ist der... Hey, wieso wieder willkommen zurück? Na, weil wir davor noch SG Heroes gespielt haben Stimmt Über die... Boah, es leckt gerade hart... Okay, jetzt geht's wieder Nein, es geht nicht Was ist denn los mit dir? Ich weiß es gerade nicht Ist auch aufm... aufm Haus drauf Nein, bei mir leckt's Ich muss aber sagen, bei mir läuft's gerade auch nicht so besonders gut Nicht? Nee, irgendwie nicht Okay Alter, ich kann gerade echt nichts Ehehe Ehe... Eheh... Iheh... Eheh... Ich bin zu witzig Aua Errerde Mal was, so ein Lappen, Alter Boah, ich kann nichts gerade Hä? Du kannst normalerweise auch nix. Warum kann man sich nicht gegenseitig schlagen, Alter? Ey! Mieser Hurensohn! Lol. Lol. Hallo. Na, du Huhn. Was machst du, Alter? Du hast echt Probleme. Hm, das ist langweilig. Ja, schieß halt. Hm, daneben. Awww. Ganz werdig angerufen. Muss mich ganz gut auf beschäftigt, beschäftigen. Oh. Hahaha. Eww, aber ne, unser Ding baut sich so'n bisschen ab. Ja. Oh, ne, Alter. Ich hab heut heut auch nicht so Glück irgendwie. Du bist halt einfach ein Hut. Was machst du denn? Ja, ein bisschen hier abbauen, damit ich mich zu den Wichslen gehören kann. Nur weil du Worker bist, musst du hier nicht unser ganzes Haus abbauen, Alter. Doch, muss ich. Ich hab unseren Mitspieler eingebaut. Total gut, Alter. Ne, finde ich nicht. Solche, solche Leute braucht man in seinem Team. Oh, Alter. Wollen wir jetzt hier nur hier oben rumhocken und uns langweilen. Alter, wieso? Hahaha. Oh, Junge. Warte, warte, ich baue hinter runter. Nein. Oh je. Junge, was machst du denn? Oh ne, ich bin gestorben. Das war so richtig dumm einfach. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Oh je. Oh je. Was soll man denn da nur sagen, hä? Ja. Ja. Weiß ich nicht. Oh. 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 Alter, was sind das für Geräusche? Oh. Oh. Ja, als wenn er grad so einen Huhn fängt, Alter. So ein Huhn? Ja. Ist aber nicht nett. We, we. Ist aber nicht nett. We. Ich hab klem Pimmi. Alter. Jetzt baut euch doch mal hier rüber, ihr Lappen, Alter. Gidi. Hahaha. 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 Warte einfach, bis die rüberkommen und schieß sie dann runter. Ja, ist ja gut jetzt. Doch, doch, ist gut. Weil du einfach so durch... Hahaha. 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 Dein Kollege hat grad einen runtergeschossen, weil ich hab's gesehen. Ich war auch dabei. Nee. Boah. Hm. Hahaha. Hahaha. Alter. Die Geräusche. Joah. Oh. Joah. Du bist so top, Alter, Mann. Boah. Wie dumm kann man eigentlich sein? Alter, wie dumm ist der, bitte? Lol, wie dumm war die? Wie? Oh. Haha. Gigi, Alter. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt mit der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Mal rein, Leute. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Huhn da oder so. Bist du euch noch in der Runde? Nee. Ja, äh, bis dann. Ciao. Hahaha. Hallo, sagst du auch noch tschüss? Bist doch unhöflich. Boah. Ja, tschüss. 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 Tschüss.